Hallo hier ist wieder euer Subossi. Heute zeige ich euch wie ich jongliere. Ja ich kann jongliere mit 3 Bällen und ich kann auch einen kleinen Trick. Den zeige ich euch heute. So erstmal hier jonglieren. Ich hoffe man sieht es. Ja man kann es sehen. So. Jetzt zeige ich euch noch den einen Trick. Aber den kann man bestimmt nicht so gut sehen. Das ist der Aufzug. So das war es heute. Ich hoffe das hat euch gefallen. Die kleine Jonglage von mir. Ja ihr fragt euch sicher wo ich das gelernt habe. Das habe ich in der Zekbus Aki gelernt. Bei uns in der Schule damals. Ich hoffe das kleine Video hat euch gefallen. Ferti. Euer Subossi.